Frankfurt gewinnt gegen Hertha BSC und bleibt weiter damit an den Titelkandidaten dran und vor allem an den Champions-League-Plätzen. Die erste Halbzeit war einfach nur wow, die zweite Halbzeit haben sie ein bisschen schleifen lassen, wo auch zum Teil die Hertha besser war. Aber Hertha ist halt diese Saison halt härter und hat es nicht geschafft, die Chancen zu nutzen, wenn sie welche hatten. Kolomani hat die Hertha, äh die Hertha sag ich schon, Frankfurt in Führung gebracht. Was man dazu sagen muss, vorher gab es eine Szene, wo sich die Herthaner beschwert haben, dass es Elfmeter hätte geben können. Den gab es allerdings nicht und dann hat man den Elfmeter für Kolomani gepfiffen. Grenzwertig aber vielleicht vertretbar eventuell und den hat er sicher verwandelt und hat noch kurz darauf nachgelegt zum 2-0. Also für mich der Mann des Spiels, fantastisches Spiel gemacht, muss man ganz klar so sagen. Und in der zweiten Halbzeit hat Hertha, würde ich sagen, besser gespielt, weil die Frankfurter das auch sehr lange haben schleifen lassen. Aber es kamen halt nie wirklich diese Top-Chancen, die Hertha hätte nutzen können, um Tore zu erzielen. Und so war es am Ende noch Buta, der das 3-0 gemacht hat für die Frankfurter. Und ja, Hertha ist für mich, ich sage es, ich habe es schon oft gesagt, aber ich bin der Meinung, dass Hertha dieses Jahr absteigen wird. Und dass sie auf jeden Fall einen kompletten Umbruch brauchen und endlich mal gute Transfers tätigen müssen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao, haut rein!